Ich glaube, es ist Bosskampf, oder? Nee, doch nicht. Turm, der verflucht neben eins. Na ja, voll ein. Ich krieg mir grad noch so down. Grad noch so? Wenn der Anflug da dran ist, gehts eben immer direkt in den Markkampf, oder? So, was ich hier einfrize? Ey, schon wie alt gelbe wird. Also heute ist echt, äh, ne? Weiß Bescheid. Jetzt, äh, Yellow Saturday. Ja, gut, die sind jetzt eigentlich geile Stiefel, aber die haben Stärke. Vielleicht sind nicht so geile. Und nur, nur Kreuzgitter? Hä? Weiß Bescheid, ne? Christa hat jetzt schon, äh, Kreuzgitter-Items, ne? Hm. Hab ich denn jetzt schon Kreuzgitter-Items? Hab ich denn jetzt schon Kreuzgitter-Items? Was wollt ihr denn? Hier, guck mal. Bei nur Kreuzgitter. Kannst doch mit spielen, aber, ne? Ja. Daneben. Daneben. Mega geil. Daneben. Mega geil. Oh, schön. Äh? Ah, da unten. Ja. Warte, da unten. Ja, da unten. Ihr legt uns zu viele Leichen rum. Schön schön, da scheratmen. Bitte, bis gut. ultimativ schon wieder neu der leuchtet drehen Wundervier und zum der Verflucht neben der Zwoi Ich bin jetzt so nah Ich kann fast euren Atem auf meiner Haut spüren Die Art ist die Wildung Die Wildung über die Wild Krästling Feind aufreffen Oh Schatzvolume So langsam? hat er wieder zoll schweilen lassen geil geile handlappen du bist so ein handlappen ist der so geil ich kriege den rettenharten in der bux oh geil das ist genauso geil wie ich die 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 Cool. Jetzt kommen wir jetzt keine Gegner. 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 Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Gebäsche, 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 Gebäsche. Cool. Unten ist noch so einen geilen Bund. Ja. Ich hab's gesehen. Was war der Riesenvieh? Wer ist denn da? Der ist da oben. Der ist da oben. Das Knick, Junge. Nicht wegen einem zweiklassigen Brunnen. Das hätte der wohl gerne, der Brunnen. Ah, Buzzfight. Nice. Die Gebäterin der Lust. Was bescheiden? Ja, ich habe Lust. Ich habe keine Lust. Die zu zerstören. Etwas zu gauen. Denn ich habe keine Lust. Es zu verdauen. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust sie zu zerstören. Ich will sie lieber penetrieren. Da ist sie allklund. Wie? Auf das hier. Auf das hier habe ich mich gefreut. Wie? Wenn die alte mir noch länger durchstehen. Dann krieg ich einen Harten. Oh Gott. Oh. Penetration. Das sind deine Kunststückchen, Saruman. Ja, dann hau mal rein. Komm her, ja. Oh ja. Ganz schön. Na, jetzt bist du fähig. Mit dem Erfolg eine Frage der Lust. Ja. Ja. Aber ich soll nicht so knapps. Peter Farr. Ah, ist und ich bin ich. Level up, glaube ich. Ja. Mal es wissen. Achno da steht zwar all seinen Leutnants nah, aber an Südia liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein. Doch sie spricht nur Worte des Todes. Alter. Mhm. Ich hab schon wieder was krasses Gelbes gefunden. Ich hab nur einen Bogen gefunden. Den alten. Der sieht zwar nicht mal ansatzweiter so geil aus wie die andere Armbrust. Aber der ist awesome. Der ist so awesome. 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 Ohne Spass. Ohne Spass. Ohne Spass. Ohne Spass. Ohne Spass. Ohne Spass. Weil du ein bist. des Ariat. Oder so ähnlich. Ariat. Ich würd sagen wir laufen kurz zur Stadt und verticken. Jupp. Nur gerade statt Freude. Genauso flott. Huch. Huch. Das passiert ja auch immer wieder ne. Nebenhand. Zauberer. 115 Vitalität. 3 Erkrankung. Pro kritischen Treffer. Höht der Schaden von magischen Geschosse um 13 Prozent. poste mal und weißt du was hier grüssen rektor erinnert von erinnert es sind besser als meint kundenkarteem wieder aussieht m nämlich nimmst du der holster so ist in zaubern dort tut mir so ein bisschen kräftig die geile haben post und zaubern zu machen was finden wir auch für geilen stuff jetzt hier ist eigentlich eine schande das weg zu werfen weißt du na ganze zeug schmilzt mir halt nur eben meinen ganzen platz zu auch in tun und so das geht gar nicht klar ist sehr schade aber da sind so geile items dabei ist der wahnsinn ja das ist das ist wohl war das ist ja schon wieder auf bank wenn auch scotland ich bin wieder ready so rein nur kurz meinen legendären köcher verticken was ist mit den guten den kann ich nicht für acht weil es gibt ja bald kein aha mehr ohne ich darf nur kein echtes da haben ja gott das heißt auch für die stückstücke aber kein schwanz bist du etwa schon weiter gelaufen ist und schon wieder schultern alles klar ich bin gleich schon wieder neu und neuen kopf gefunden ich hab grad ein paar awesome neue beine gefunden neue bahn was ist das? verwandelt euch 20 Kunden in ein Wesen aus reiner Energie und erhaltet mächtige neue Fähigkeiten cool, da prob ich sprich mal aus bist du ein Wesen aus reiner Energie ich hab neue Beinchen gefunden aus geklöppelter Gollumhaut ne lass mal einschneid ich glaub was ich grad freigeschaltet hab so mal gucken oh leu hey alles klar der avatar, der herr, der Element ist n Witz gegen dich der das ist hoher ich hab noch lange abgeholt ich hab noch nicht ich hab noch nie die 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 jetzt haben wir die chance wenn ich mit dem strahl trefft dann zu explodieren anderen gegnern schaden zuzufügen ein attentäter als mutter herzhaft jetzt schon ja korrekt das war klatschen gehen die sechstau er ist der sünder er ist der sünder sind liegen wir wollen sündigen dem himmel königen und nur noch sündigen wo ist denn dann das ist im asmodan hauptsitz das ist der chef der schlager fallen der sieben in meinem fleisch gewertet ist die sieben nicht sein ich werde die summe aller höllen sein das oberste das ehrlich werden die sieben in mir vereinigt sein ich denke das hat an an ich habe ich bin ich bin oder 0 alter zog ich steig schaden ich hab dir mit der letzte alter da habe ich den grad 100 gedammt gestalter und schon wieder ein legendary schwer diesmal legendär wie ein amulett mit ind und arcan schaden und magische quelle blitzfertigkeiten verursachen 6 prozent mehr damage ist so extrem geil wie mit anderen weil der so ultimativ viel geschicklichkeit hat aber aber entschuldigung jetzt ich entschuldigung dafür neue handschuhe hier der unterschied nur vorher 45 rüstung 78 rüstung also ist der unterschied jetzt so dann primär 19 in 100 neue 113 hobby habe ich schulen nun nur für zauberer ja ich hab was für dich vor diesen schlicht als meine ja und die haste ein hass schaden von rache so der ist gut der hier ist echt nice ihr wollt mich alle nutzen ich weiß gern was ich mit dem scheiß legendary machen soll was ist denn das? ein schwert wer hat? wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn das? einhändig das ist zwar besser als mein stab aber ist eigentlich viel besser als mein stab ich wollte gerade sagen den hat doch unarkant schaden ich würde das schon anlegen wegen den fähigkeiten ja mach ich auch also würde ich jetzt mal das sieht voll fett aus ey ich habe es niemals zu träumen gewagt alles böse in diesem stein gefangen sobald er zerstört ist wird der ewige konflikt endlich ein ende finden diesen stein zu zerstören ist keine einfache angelegenheit rituale müssen beachtet werden wir müssen zur festung zurückkehren und die letzten vorbereitungen treffen ein borg was bin ich immer alles wissen ne? boah erst mal level up ja ohne Spaß grüßet klingen wirst du hab ich freigeschaltet dankeschön mach ich noch geiles komm ich möchte mal wissen jetzt komm her immer her ja heller heller hey ja los das wird geiler ach wir deutschfächer ah kerze zitertell ok ich kehre in die stadt zurück ich kehre in die stadt zurück ich kehre in die stadt zurück so jetzt werde ich erstmal die ganzen crap da im zaubern ein crap ich will schon wieder mit WRSD laufen boah oh mein schluss ähm hast du mal geguckt was du mittlerweile herstellen kannst nein alter alter der 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 das der 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 ich habe in dieses mit wandern hat ich habe keins mehr zwischen sagen wir beenden kurz einmal die aufnahme weil ich mich kurz einmal auf die toilette muss muss aber auch die toilette ja bis gleich bis gleich